So, bitte, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde, till the end, mit Don't Starve. Das Spiel geht in die zweite Runde. Wir sind an Tag 4 angekommen, wir müssen Essen sammeln. Und wir müssen gucken, was wir heute alles so finden, damit wir vorankommen. Wo auch immer wir hinwollen. Hä? Warum, hä? Warum ist das auf einmal... Hä? What is happening, Reiten? Ich verstehe das nicht. Warum ist der Rucksack auf einmal rechts in einer Special-Anzeige? Habe ich nicht erlaubt. Ich möchte mich heute auf die Suche machen nach dem wichtigsten Stoff in dem Spiel. Und zwar... Scheiße! Mal gucken, ob ihr was findet. Wir werden diese Nacht nicht nach Hause kommen, deshalb holen wir uns ein bisschen Holz mit, weil wir woanders ein Lagerfeuer machen müssen. Ähm, wir machen uns heute nämlich auf eine große Expedition. Mit Abenteuern und so. Kein Wurmloch, alles fit? Was war das denn jetzt? Wir brauchen irgendwas, was Kleidung macht. Aber dafür brauchen wir mehr Gras. Schaulagerfeuer, da will ich nicht mehr hin. Da ist böser, böser Wald mit Tentakelmonstern. Jeder weiß, wie das endet, wenn man als kleines Mädchen in so einen Wald voller Tentakel geht. Das ist... Ne, brauche ich nicht. Wir unterbrechen das Abendprogramm für eine kurze Eilmeldung. Ähm, dieser bezaubernd beschauliche Bekreis meiner Abonnenten, dieses kleine Trüppchen, ermöglicht mir eine Sache. Und zwar folgendes. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir alle anderen 38 Abonnenten und ich freuen sich mit dir. Alle anderen 38 Abonnenten und ich freuen sich mit dir. Ach ja, ne? Feier schön, du kleiner Specht, du. Haus rein. Hier erwartet mich vieles. Vor allem unheilig. Ich möchte hier nicht hin. Hau ab! Oh, ne Kiste! Höh? Wie komme ich denn da oben in die Anzeige? Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich gehe hier mal weg. Okay, diese Expedition hat mir eigentlich nur Angst gemacht. Und war seltsam. Ach ja, stimmt's. Ich kann ja keine Rüstung anziehen, wenn ich einen Rucksack trage. Da war was. Ja, das ist ziemlich kacke. Denn auf den Rucksack kann ich nicht verzichten. Ja. Jetzt nach hier unten. Und schon sind wir zu Hause. Schatz, bin zu Hause. Hast du was zuerst vorbereitet? Nö, aber du selber. Okay. Ähm, wir kochen. Oh, das ist cool. Ich habe einen Schlafsack gecraftet. Ja, nice. Und eine Schaufel holen wir uns auch mal mit. Wo kommt man als nächstes hin, um Scheiße zu finden? Ich würde mal sagen, wir gehen nach links. Und das holen wir mit. Oh, ich war gerade voll glücklich, diesen Weg vor. Ach, fick dich. Unsere Reise nach links hat uns viel gebracht. Ist hier unten noch was? Oh, ja, 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 ja. Hi. Der hat Angst vor uns. Den will ich nicht angreifen. Mutter Maria, was ist hier los? Vielen Dank für die Axt. Ich muss ja schon sagen, ne? I don't understand this. Was habe ich gerade getan? Ich kann nichts da drauflegen? Okay, ich verstehe es nicht. What the fuck? Hallo? Kannst du mir sagen, was dein Nachbar da veranstaltet? Oh mein Gott. Wir sind ganz viele von denen. Hallo? Ich bin nur auf der Durchreise. Ich suche nach Scheiße. Haben Sie das gehört? Wissen Sie, wo ich das finde? Hey Leute, hier ist ein ganzes Dorf. Ja, wie cool. Die haben auch alle verschiedenen Namen. Und dann machen wir das Strawroll und dann ist wieder Tag und dann laufen wir noch mehr und alle sind glücklich. Wie die das Licht ausmachen, wenn wir in der Nähe sind. Also das sind wirklich nicht gerade die extrovertiertesten Schweinchen. Oh, ich habe viel zu wenig. Ich war, glaube ich, im ersten Part ein bisschen zu optimistisch, dass wir so heilen von A oder B. Komm, was ist hier los? Ist, Jogetame, ist. Ah, rote Pilze heilen sogar nur. Aber das ist cool. Dann weiß ich, womit ich mich heilen kann. Wuh! Männischer Schrei des Entsetzens. Oh, ne Pferde. Wie kann ich denn Pferden lesen? Das habe ich nie ver... Warte, das sieht aus wie von einem Bären. Oder sowas in der Art. Ach so, ich muss sozusagen gucken, in was für eine Richtung die zeigen. Das ist so cool. Nach oben. Wohin zeigst du? Ich kann es nicht sehen. Also muss der Baum weg. I have no time for this. Ain't nobody got 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 time for this. Ähm. Wo zeigt er hin? Äh. Bildschirm, sei nicht so dunkel. Okay, nach oben. Will ich hier hin? Wuh! Butter, Maria und Josef! Kleiner, bleib stehen! Ich will dich nicht attackieren. Und ich will auch nicht, dass du mich attackierst. Aber... Hey. Bleib doch mal stehen. Wow. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Hallo! Mach ein Lagerfeuer! Was ist hier los? Warte, 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 warte! Nein! Nein! Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows, as your heart shows, only time? Was? Was ist hier nur los? Warum lebe ich noch? War das... War das ein Checkpoint? So ein... So ein einmaliges... Meine Psyche ist richtig am Ende. Ich muss Blumen sammeln. Wo sind Blumen? Oh nein! Was ist hier los? Ich muss nach da oben. Mädel, beruhig dich. Es ist alles okay. Da ist ein Blumen. Blumen, 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 Blumen. Ah ja, Blumen. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Ich hab schon befürchtet, der Part könnte langweilig werden. Jetzt fehlen mir noch Steine. Da sind Steine. Bin ich denn behindert? Da. Ich bin bestimmt schon an 20 vorbeigelaufen. Ähm. Eine Axt hätte ich gerne. Ja, das ist korrekt. Sorry Baum, aber ich brauche Holz. Ist nichts Persönliches. Chop, 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 chop. Chop, 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 chop. ich kann eine falle machen das heißt ich könnte mir in der nächsten folge ich habe angst schaut mich an einer aufnahme in die andere wird aus meiner kleinen königin eine kleine kopf bedeckungslose diese natur wenn euch der part gefallen hat gibt es eine positive bewertung wenn euch nicht gefallen hat gibt es eine negative bewertung der tige die kommen da jedenfalls ich hoffe das ganze spaß gemacht dafür mache ich das ganze jedenfalls 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 wir hören uns wir sehen uns das nenne ich timing das ist timing meine freunde heute kann es regnen stürmen oder schneiden denn du schreitst ja selber wie der sonne scheint heute ist dein geburtstag darum feier wir alle anderen drei 30 abonnenten bloß ich freuen sich mit ihr alle anderen 38 abonnenten vorher nicht freuen sich mit ihr das ist schwer zu sehen dein böser zwilling aber ich hoffe und nimmst das trotzdem entgegen alle anderen 38 abonnenten bloß ich freuen sich mit